Ja, mein Name ist Frank Kahnmann. Ich habe 1980 zum Zahnmediziner promoviert und 1985 mit meinem Dr. Med abgeschlossen. Arbeite seit 1986 als Zahnarzt und bin seit dem Jahr 2002 als Konsultant hier in der Praxis Teilzeit tätig. Ich lebe in England und bin deutscher Staatsbürger. Also meine Schwerpunkte hier sind vorwiegend chirurgisch orientiert und zwar Implantologie, Replantologie, Brüsselspitzenresektion, Knochenaufbauten. Des Weiteren mache ich auch prothetische Arbeiten und konservierende Arbeiten. Das deckt eigentlich das gesamte Spektrum ab, aber vorwiegend chirurgisch.